Die Tag ein und Tag aus, um überleben zu können, hart arbeiten musste. An einem schönen Frühlingstag wollte der Großvater sein Feld bestellen. Es blühten schon die ersten Frühblüher, Osterglocken und Schneeblüttchen. Der Großvater arbeitet hart und nach dem Traum gearbeitet, ging er ein zu seiner Frau und sagte, wenn ich weiß, ob das geschieht, überstehen wir den nächsten Winter nicht, sonst wird er Hunger. Weiterauf bekam er eine große Flüte mit Namen überreicht. Hier, Großvater. Für dich. Gleich am nächsten Tag ging er ans Werk und zieht die Flüte aus. Täglich ging er aufs Feld und schaute und siehe da, ein Korn ging auf und es wuchs ein Hübschen heran. Der Großvater sagte, Wachse, mein Rübchen Wachse, die hatte groß und saft. Der Sommer verging und weich stand der Herd und seine künftige Farbe vor der Tür. Es war nicht ein Tag vor Lange, an dem der Großvater nicht noch keine Rübchen gesehen hat. Das Rübchen wurde groß und größer. Der Tag der Rübchen ernte war gekommen. Ist das eine große Rübe geworden. Ist die groß. Die Rübe war aber so groß, dass der Großvater nicht ernten konnte. Der Großvater holte die Großmutter. Großmutter. Großvater, Großvater, was gibt es denn? Oh Gott, seid ihr viele. Schau mal, die Rübe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da werden wir ja alle satt von. Da werden wir ja hier alle mit verwöhnen. Was soll ich tun? Was muss ich machen? Die Großmutter fasste den Großvater. Der Großvater fasste die Rübe. Mit Sogen und Sogen. Hau hoch. Hau hoch. Hau hoch. Es geht nicht. Aber wir konnten die große Rübe nicht ernten. Da holte die Großmutter das Enkelchen. Enkelchen, du musst uns mithelfen. Ich kann, ich kann. Schau mal, die große Rübe. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, da haben wir alle was zu essen, aber wir schaffen es nicht. Du musst uns mithelfen. Hau hoch. Die Großmutter fasste die Großmutter, die Großmutter fasste den Großvater. Der Großvater fasste die Rübe und sie zogen und zogen. Hau hoch. 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 Was machen wir denn nun? Da holte das Enkelchen den Hund zur Rübe. Hund. Hund, schau mal, die große Rübe. Huff, 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 huff. Ja, wirklich groß. Die verrufen es jetzt nicht so. Der Hund fasste das Enkelchen, das Enkelchen fasste wieder die Großmutter. Der Großvater fasste die Rübe und sie zogen und zogen. Hau hoch. Hau hoch. Hau hoch. Hau hoch. Ich weiß man gar nicht. Also so eine große Rübe habe ich ja noch nie gesehen. Ich glaube, wir holen mal die Maus. Maus. Katze. Katze. Schau mal, die große Rübe. Weckere. Weckere. Die Katze fasste den Hund. Der Hund, das Enkelchen, das Enkelchen, die Großmutter. Großenmutter, den Großvater. Der Großvater, die Rübe, die zogen und zogen. Hau hoch. Hau hoch. Hau hoch. Aber die Rübe bewegte sich nicht. Nichts passiert. Da rief die Katze das fleißige Mäuschen. Mäuschen. Hau hoch. Hau hoch. Hau hoch. Hau hoch. Das Enkelchen, das Enkelchen, die Großmutter, die Großmutter, den Großvater, den Großvater, die Rübe, du rufst alle mal zusammen. Hau, 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 hau. Oh, guckt mal, nun war ich das nicht mehr. Jetzt werden wir alle satt dafür. Und somit ist das Märchen zu Ende.